Heyo, hier ist Ronja und heute schauen wir, weil es sich so viele von euch gewünscht haben. Ich lerne erst, dass es Männer gibt, wenn ich 17 werde oder sowas ähnliches. Ich wusste nicht, dass Männer existieren, bis ich 17 war. Ist der Originaltitel von Meine animierte Geschichte. Super viele von euch haben in den Kommentaren geschrieben. Schaut ihr das an, schaue ihr das an. Deswegen natürlich, ja, gar kein Problem. Euer Wunsch ist mir Befehl. Und ich suche eh immer Geschichten. Also falls ihr auch eine habt, wo ihr sagt, die habe ich gesehen. Krass, ja, krass. Dann schreibt sie mir gerne in die Kommentare. Und, äh, vielleicht ist das dann die nächste, die wir gucken. Alles klar, fangen wir an. Oh, Jungs sind so kompliziert. Ich weiß, dass viele Leute komische Beziehungen mit dem anderen Geschlecht haben. Aber ich garantiere dir, dass meine Geschichte den größten Vogel abschießt. Alles klar. Glaubst du, du hast Probleme mit Jungs? Kannst du dir vorstellen, wie verwirrt ich war, als ich das erste Mal einen sah? Ich verliebte mich heiß über Kopf wie ein kompletter Idiot. Richtig gehört, ich habe keinen Jungen gesehen, bis ich 17 Jahre alt war. Was für ein Banger, ja? Straight up. Direkt, ja, okay, ich habe keinen Jungen gesehen, bis ich 17 war. Hier ist wieder unser Zeitpunkt mit den Predictions. Meine Prediction bei dem hier ist, sie war auf einem Mädchengymnasium. Also es gibt ja diese Mädchenschulen. Ihre Eltern hatten halt keine... Wie funktioniert... Okay, ihre Eltern waren offensichtlich zwei Frauen. Die waren Lesben. Oder sie hatte eine alleinerziehende Mutter, eins von beiden. Sie hat keinen Bruder. Sie hat vielleicht eine Schwester. Wie gesagt, sie war auf dem Mädcheninternat. Und sie war im Kindergarten nicht, sondern wurde zu Hause betreut von ihrer Tagesmutter, die auch eine Frau war. Und dann hat sie ihren ersten Jungen gesehen, als sie fertig war mit ihrer Schule und dann ausgezogen ist. Bäm. So wird es passiert sein. Ich wusste gar nicht, dass es andere Geschlechter neben Mädchen gibt. Ich mache keine Witze. Du fragst dich sicher, wie das möglich ist. Das ist gerade gesagt. Nun, das ist eine lange Geschichte. Aber ich verspreche dir, es lohnt sich. Bevor wir mit dem Video weitermachen, kann ich euch jetzt sagen, dass ich offizieller Partner von Nerd Gaming bin. Nerd ist eine Energy Drink Marke, beziehungsweise es sind keine Energy Drinks, sondern das ist Pulver. Das könnt ihr in euer Wasser machen. Das hier ist zum Beispiel jetzt Kirschgeschmack. Dann kriegt ihr da hier so ein Getränk raus und es schmeckt wirklich gut. Also, ich habe jetzt vier Geschmacksrichtungen. Einmal halt Kirsche, Pfirsich, Aprikose und Apfel, die die mir zugeschickt haben. Ich weiß nicht, ich persönlich bin kein Fan von Red Bull. Aber das hier schmeckt tatsächlich gut, ja. Das trinke ich. Weil das Wasser in Darmstadt, ja. Das Leitungswasser. Bah. Disgusting, ja. Jeder einzelne Mensch, der mich jemals besucht hat, hat gesagt, Ronja, dein Leitungswasser schmeckt absolut widerlich. Deswegen kann ich jetzt sagen, hey Leute, macht euch ein Pulver hier von rein. Oder ein Löffelchen davon und dann habt ihr sowas. Und es schmeckt nicht mehr wie Abfall. Also, falls ihr sagt, ich habe auch nicht immer nur Lust auf Leitungswasser und ihr würdet es gerne mal ausprobieren, dann könnt ihr mit dem Code Ronja 10% auf eure Bestellung kriegen. Der Stopp ist in der Infobox verlinkt. Da könnt ihr einfach draufklicken. Wie gesagt, Code Ronja dann beim Checkout angeben und dann kriegt ihr ein bisschen Rabatt und könnt es auch mal ausprobieren. Ich wuchs nicht traditionell nach dem Prinzip Romantik auf. Stattdessen wurde ich sehr außergewöhnlich erzogen. Als ich bloß ein kleines Baby war, kam ich irgendwie in ein Riesenhaus mitten im Nirgendwo nur mit Frauen und Mädchen. Wir machen alles zusammen. Wir bezeichneten uns als eine Kommune. Aber rückblickend war es mehr wie eine Sekte. Wir trugen alle dieselbe Kleidung und mussten alle die gleiche Frisur tragen. Oh, die ist in so einer... Oh, okay. Ja, das tatsächlich... Okay, das... Okay. Meine Idee. Aber haben die nicht meistens... Also Sekten... Haben die nicht meistens tatsächlich einen männlichen Anführer? Also jetzt, ne? Nur aus meinem... Ich habe gar keine Ahnung davon. Deswegen will ich mich hier nicht zu weit aus dem Fenster lehnen. Aber das ist, was ich vermute. Und ähnlich. Außensstehende dachten, wir wären Schwestern. Eigentlich entschied die Anführerin, wie wir auszuschauen hatten. Okay, die Anführerin. Und kam uns um Stylings, um wie ihre Klone zu sein. Manche Mädchen hatten Glück, von Natur aus blondes Haar zu haben. Aber ich musste meine Haare bleichen. Sie nahm es sehr ernst, dass wir alle das gleiche Image hatten. Es ging um mehr, als nur die gleichen Kleider und Haarfarben. Dieses eine Mal, als ich umgekehrt war, ging dieses Mädchen, das gleich halt wie ich war, in den Wald, ohne etwas zu sagen. Sowas war explizit gegen die Regeln. Sie spielte im Wald und blieb... Okay, also es gab... Es gab ein Buch mit Regeln. Die haben sich alle ihre Haare blondiert. Als kleine Mädchen. Das ist richtig schlecht für die Kopfhaut. Als Person, ja? Mit selbst, äh... Hier, wie ihr seht, das hier ist deutlicher da, als das, was tatsächlich rauswächst. Blondierten Haaren. Das ist voll mies für die Kopfhaut, ja? Das ist richtig schlecht. Vor allem als Kind. Meine Mutter hat mir das richtig, richtig lange verboten, irgendwas mit meinen Haaren zu machen. Weil die Chemikalien ja deine Kopfhaut angreifen. Und wenn du dann frinsibler Haut hast, das ist voll mies. Also, meine herzliches Beileid an namenlose Frau. Wir nennen sie jetzt Emily, okay? Sorry, falls einer von euch Emily heißt. Aber das ist Emily. Bis einige der älteren Mitglieder sie finden konnten, waren ihre gesamten Haare mit dem Zeugs des Baums übersät. Eine Stunde lang versätigt sie ihr Haar auszuwaschen. Bis letztendlich die Anführerin ein Messer holte und ihre Haare schlampig abschnitt. Es sah so schlimm aus. Aber das war noch nicht das Schlimmste. Sie befahlen uns alle, uns in einer Reihe aufzustellen. Eine nach der anderen schnitt sie allen die Haare gleich schlampig ab. Oh, ja klar, die sollten ja alle gleich aussehen. Aber sollten nicht alle aussehen wie sie, warum hat sie sich dann selber die Haare nicht schlecht abgeschnitten? Meine Haare und als sie zu mir kam, weinte ich so laut, ich konnte. Es war nicht meine Schuld. Wieso werde ich bestraft? Es gibt kein Ich hier, sagte die anderen. Es gibt kein Ich. Es gibt nur ein Wir. Kommunismus! Ich ist schon genug Spröde von all dem Bleichen wahr. Zum Schluss schnitt sie sich auch die eigenen Haare. Oh! Wir sahen alle hässlich aus. Darum ging es in der Sekte. Darum ging es in der Sekte. Wir sahen alle hässlich aus. Darum ging es bei uns. Das war so eins unserer Kernprinzipien. Okay, nice. Aber ich meine immerhin consistent. Ich habe ja gerade gesagt, das wäre ein bisschen dumm, wenn sie sich selber nicht die Haare schneidet. Aber fair. Ich frage mich nur, wie sind die ganzen Mädchen da hingekommen? Ja, also ich meine, die würde ja Eltern haben. Haben die die einfach da abgeliefert? War die ein Waisenkind? Wurde die? Es gibt ja oft auch so Kinderheimen, wenn die Kinder in so eine Babyklappe geworfen werden. Am Anfang, weil sich die Eltern nicht drum kümmern können, weil die zum Beispiel noch zu jung sind. Ist das so ein Kind? Ich habe viele Fragen, ja. Identität wegzunehmen. Ich weiß, das klingt wie ein Albtraum, aber jahrelang war das mein Leben. Es gibt viele zweifelhafte Sachen, welche ich nacheinander rausfand. Aber ich habe sie nie angesprochen, weil ich dachte, sie seien normal. Für eine Weile zumindest. Eines Tages entschied ich, ein eigenes kleines Abenteuer zu haben. Ich war erst ungefähr acht und dachte mir, nichts Schlimmes dabei. Ich sollte nicht von der Farm weglaufen, aber ich habe... Oh, die haben alle auf einer großen Farm gelebt. Interessant. ...stundenlang die Ernte zu pflegen. Ich dachte, ich könnte mich für eine Weile wegschleichen. Also wartete ich, bis die Anführerin weg war. Dann sagte ich den anderen Mädchen, dass ich aufs Klo müsse. Aber ich habe mich schnell hinter einer Ecke versteckt, als sie nicht zuschaut. Das nächste, was ich tat, war, um das Haus wegzurennen. Der gute alte Trick. Ich muss aufs Klo. Wer hat das denn in der Schule nicht? Ja, ich fühle mich super sneaky. Ich bin acht. Aber ich sage, ich muss aufs Klo. Aber ich mache einfach nur Pause und ich bin an meinem Handy. Tja. Sie hat es auch gemacht. Gute Arbeit, Emily. Wie sie jetzt ja heißt. Ich war noch nie so weit weg von der Farm. Ich erwartete mehr vom Wald zu sehen oder etwas anderes. Aber alles, was ich sah, war Zaun. Es war nicht ein gewöhnlicher Zaun, sondern einer mit Stacheldraht. Gefängnis. Dann hörte ich die Anführerin auf der anderen Seite des Zauns. Oh, oh. Ich versuchte, mich aufzustützen, um einen Blick von der anderen Seite zu bekommen. Das ist so spannend hier. Nein. Oh, dumm, dumm. Schlechter Move, schlechter Move. Wenn sie schreit, hört die Anführerin sie doch. Emily. Sch. Sehen konnte, woher sie kam, stand die Anführerin genau vor mir. Sie war nicht besorgt um meine Verletzungen. Sie war sehr wütend. Sie machte sich keine Mühe, um mich zu verarzten und zog mich zu den anderen Mädchen zurück, während ich weinte. Dann zog sie mich am Arm und hielt uns allen einen Vortrag. Okay, krass. Zuerst darüber, wie verantwortungslos wir waren, zu glauben, dass jemand einfach so wegrennen konnte. Und über die Gefahren, die hinter dem geschutzten Grundstück lagen. Ich dachte, der Haarschnitt war komisch. Mach dich bereit, für was jetzt kommt. Nachdem ich meine Hand verarztet hatte, mussten alle einen Verband an der Hand tragen. Es war so komisch. Was? Aber, okay, Frage. Frage von mir. Ehrlich besorgt. Sie sollen alle gleich aussehen, ja? Aber sie gehen ja nicht raus. Also sie sind ja immer noch in diesem Grundstück eingesperrt. Sie ver... Also, wisst ihr, was ich meine? Ähm, also es ist jetzt ja nicht so, als ob andere Leute die sehen würden und sagen, oh ja, Außenstehende denken, wir sind alle Schwestern und ich bin ihre Mutter und wir sehen alle gleich aus. Es ist ja niemand da, wie es scheint, sondern es ist einfach nur die ganzen Mädchen und die Anführerin. Ich habe so viele Fragen. Das macht für mich gar keinen Sinn. Also, wie sind die Mädchen da hingekommen? Warum ist die Anführerin die Anführerin? Warum sperrt die Anführerin kleine Mädchen? Ich meine, ich weiß nicht, wie Sekten funktionieren, ja? Ich war nie in einer, ich habe da keine Insights. Deswegen will ich mich jetzt hier nicht aus dem Fenster lehnen. Falls irgendjemand da eine bessere Ahnung hat, dann interessiert es mich wirklich. Aber ich bin primär momentan konfus. Klagten sich, dass es die Landarbeit schwierig machte, aber die Anführerin sagte, wir säßen alle im selben Boot. Obwohl ich dachte, dass etwas in unserem Leben komisch war, hatte ich nicht wirklich einen Vergleich. Das Einzige, was ich nie gelesen hatte, waren Ausdrucke von der Anführerin. Ich hatte noch nie Fernseh geschaut oder Musik gehört, welche wir nicht selbst spielten. Ich dachte ganz ehrlich, dass die Welt hinter den Zäunen endete. Die Anführerin erklärte uns, dass wir im Zentrum der Welt lebten und dass hinter den Zäunen Monster und das Unbekannte leben. Das ist doch messed up. Das ist doch so messed up, wenn du das Kindern erzählst und die wissen es nicht besser. Und die waren nie draußen. Das ist... Oh. Aber Urteile bitte nicht. Ich wusste es nicht besser. Du wunderst dich wahrscheinlich, wie wir uns in einer so kleinen Welt beschäftigten. Naja, es war nicht leicht. Zuerst einmal beteten wir sehr viel. Meine gesamte Existenz drehte sich um diese Religion, die die Anführerin selbst erfand. Unser Vater... Nice. Einfach straight up. Ich meine, ich bin kein großer... Ich bin persönlich jetzt nicht religiös, deswegen habe ich... Ich halte nicht so viel von dem ganzen religiösen Kram. Falls das jemand ist, dann ne? Ist schön, aber... Also, mich interessiert es einfach nicht so sehr. Aber das ist natürlich auch einfach kackendreist, wenn du einfach irgendeine Religion selber findest. Und du bist so... Ich bin eure Anführerin. Betet mich an. Ich bin euer großer... Weiß ich nicht was. Meister. Was? Wie jetzt? Oh, was stimmt das? Oh, was stimmt das? Meine Knie taten so weh. Beten und Arbeiten waren die einzigen Sachen, welche wir machen durften. Ich fragte die Anführerin, wozu wir so viel beteten, weil meine Knie so weh taten. Sie sagte mir, dass wir für die zwei einzigen wichtigen Sachen im Leben beteten. Die Anführerin? Mit unserer Schwestern und um Babys zu kreieren. Ich weiß, was du denkst. Wie bekommt man Babys in einer Gesellschaft nur mit Frauen? Du musst mir versprechen, nicht zu lachen, wenn ich dir das erzähle. Man hat mir nie erklärt, woher Babys kommen. Du wirst dich etwas gedulden müssen, weil um zu verstehen, was wir über das Bekommen von Babys glaubten, musst du zuerst unsere Weltanschauung verstehen. Alles klar, ich bin dabei. Okay, jeder kommt vom Bauernhof. Ich wundere mich gar nicht. Ich sag dir gar nichts. Die Anführerin zwang uns, unsere Portionen zu halbieren. Ich war so hungrig. Ich fragte sie, ob ich hinter den Zäunen nach Essen suchen könnte, oder wir vielleicht einen neuen Hof auf mehr fruchtbarem Land bauen könnten. Sie warnte mich, dass wenn ich hinter die Zäunge ginge, ich von Monstern verschlungen würde. Sie erzählte uns, dass die Monster aus Metall und blinkenden Lichter waren, welche uns zum Spaß verschlucken würden. Super! Was ist mit dem Mädchen passiert? Okay. Sie ist weggelaufen. Ja, super! Sie warnte uns alle, nie außerhalb der Zäune zu gehen. Das ist doch so mess ab. Das ist doch so mess ab. Was? Nein! Nein! All was wir sahen. Nun dachte ich, dass das alles Schwachsinn sei, bis ich eine der Monster mit eigenen Augen sah. Wie jetzt? Es war eine Biene. Sie hat eigentlich keinen Monster gesehen, sondern eine Biene. Das kann ich... Hier, Biologie hatte ich. Bienensummen auch. Deswegen habe ich das gerade kombiniert. Wir rannten alle nach drinnen. Die Anführerin befahl uns, für unsere Sicherheit zu beten. Wir knieten für fast acht Stunden im Gebet und waren so erleichtert, als uns die Anführerin sagte, dass unsere Gebete erhört wurden und heute niemand gefressen werden würde. Manche von euch wissen wahrscheinlich bereits, was unsere Zeit verschwendet hatte. Oh, es war ein Flugzeug. Ich war gerade die ganze... Warum summt denn ein Flugzeug? Emily, warum lügst du? Emily, wieso? Flugzeug. Es scheint dir vielleicht lächerlich, aber in dem Moment fühlte ich mich so stark. Warte mal. Flugzeuge sind doch auch regelmäßig. Also, die kommen doch auch so... Wenn du an der Fluglinie wohnst, wo Flugzeuge drüberfliegen, dann ist das eine Sache von... Die siehst du entweder täglich oder die siehst du nie. Also, wisst ihr, was ich meine? Du hast entweder regelmäßig Flugzeuge oder nie. Also, kann das ja gar nicht sein. Irgendwas stimmt da nicht, ja? Ich bin euch auf den Schlichen. Meine animierte Geschichte. Ich bin euch hier auf der Spur. Spürnase, Ronja. War der Beweis, den ich brauchte, um mich komplett unserem Lebensstil hinzugeben. Ich hörte auf, alles in Frage zu stellen und wurde ein Vorzeigemitglied unserer Gemeinschaft. Jede Nacht hielten wir eine Beerdigungszeremonie für Sarah ab. Ich führte das Gebet. Wie bei den vergangenen Malen hatten wir keinen Leichnam zu beerdigen. Stattdessen beerdigten wir ein Paar ihrer Schuhe und hofften, dass es helfen würde, den Boden zu befruchten, um neue Babys zu machen. Sie sagten uns, dass sie von Samen tief im Boden wachsen würden. Deshalb mussten wir ja auch so hart auf dem Bauernhof arbeiten. Wenn wir nur einen Tag schlampig arbeiten würden, riskieren wir, alle neuen Babys zu verlieren, welche diese Saison blühen würden. Und das führt uns zur größten Lüge von allen. Ich werde dir erklären, woher wir die Babys wirklich bekamen. Okay, ich bin gespannt. In der Tat. Okay. Ich vergesse niemals diesen Moment, wo mir wirklich bewusst wurde, was vor sich ging. Die Anführerin sagte, dass sie auf eine wichtige Mission gehen müsse. Sie wurde von vier hochhaggigen Mitgliedern begleitet. Ich fragte sie, wohin sie ging, und sie sagte, sie ginge, um die Babys zu sammeln. Als sie zurückkam, wurden sie im geheimen Keller versteckt. Und wenn wir hart genug arbeiteten, die Saison, dann würden wir neue Babys bekommen. Was? Wie jetzt? Sie haben die Babys in irgendwelchen Säcken reingetragen. Sehe ich das jetzt gerade richtig? ... Babys zu bekommen, war die beste Zeit des Jahres. Ich mache keine Witze. Ich dachte wirklich, dass Babys aus dem Boden wachsen würden. Wie Karotten. Ich liebe Babys. Die älteren Mädchen der Gemeinschaft hatten das Recht, einem Baby seinen Namen zu geben. Wir würden das Baby dann gemeinsam erziehen. Als ich 15 wurde und endlich alt genug war, versuchte ich, alles, was ich nur konnte, Mit 15 darf sie dann ihr eigenes Baby erziehen, was sie dann da ernten. Okay. Und dann fühlte ich mich bereit dazu und fragte, ob sie mir helfen würde, mein Baby anzupflanzen. Die Anführerin dachte einen Moment darüber nach und sagte mir dann, ich müsse härter arbeiten, um meine Treue zu der Gemeinschaft zu beweisen. Ein Baby zu bekommen, ist die größte Ehre, welche man erhalten konnte. Die nächsten Jahre, als ich im Rang aufstieg, bekam ich mehr Privilegien, das Grundstück zu erforschen. An meinem 17. Geburtstag wollte die Anführerin mich treffen. Es war so, weil die Arbeit für uns einen hohen Stellenwert hat. Okay, jetzt geht's los. Weil jetzt ist sie 17. Das heißt, jetzt kommt der Moment, wo sie ihren ersten Jungen sieht. Jetzt ist die Frage natürlich, bricht sie aus? Oder führt die Anführerin sie wohin? Oder was genau passiert? Das erfahren wir dann in der nächsten Folge. Der Part ist nämlich 20 Minuten lang. Ich setze mich jetzt hier nicht hin. Guckt 20 Minuten lang das Video. Redet da wahrscheinlich noch 10 Minuten drüber, dann habt ihr eine halbstündige Folge. Das tue ich meinem Editor nicht an. Deswegen, falls ihr wissen möchtet, was mit ihrem 17. Geburtstag passiert, dann guckt unbedingt die nächste Folge. Die kommt wahrscheinlich in ein paar Tagen dann raus. Und ansonsten sehen wir uns im nächsten Video. Abonniert den Kanal, wenn ihr es noch nicht gemacht habt, dann verpasst ihr auch die nächsten Folgen nicht. Macht's gut, bis zum nächsten Mal. Ciao! Ciao! Bis zum nächsten Mal.